Krips, in der einen Hand einen Korb mit Wein und Fiktualien, in der anderen eine Lanze. He, holla! Holla, he! Ja, mich hört niemand. Der Satan hat die Jagd erfunden, denn der jagt auch Tag und Nacht jeder lebendigen Seele nach, und wir wollen ihm das Teufelsspiel partout nachmachen. Aber wer birgt mir dafür, dass nicht ein hungriger Bär mich am Ende selbst noch zum Nachtisch auffrisst? Ich wollte da... Er erblickt den Bären und schreit. Aber was zum Henker ist das? Er rührt sich nicht. Entweder ist er krank oder gar tot. Er stellt den Korb beiseite, nähert sich dem Bären und sticht ihn mit abgewandtem Gesicht in die Lenden. Viktoria, ich hab ihn erstochen. Holla, ho! Einen Bären hab ich erlegt! Einen Capita! Er hat sich zufällig der Höhle genähert. Silvana springt auf sein Geschrei herbei und bleibt bei seinem Anblick unbeweglich stehen. Alle gute Geister. Ich bin des Todes. Er stürzt zu Boden. Silvana zieht sich in die Höhle zurück. Hier, Kameraden, hier muss er heruntergestürzt sein. Seht ihr? Aber was zum Henker liegt denn dort? Hey, Krips! Krips? Wer ruft? Bist du tot oder lebendig? Wie steht's mit den Bären? Schlimm. Der rührt keine Ader mehr. Also tot? So hab ich ihn doch nicht übel getroffen. Du? Ja, ich. Ich! Nee, ich! Untertitelung des ZDF, 2020